Ich glaube, der ist gar nicht so böse. Alter was, damn it! What the fuck? Okay, der hackt. Nein, er spielt Seeker. Wir spielen die Historian. Oh, noch einer. Die spielen das aber alle mit der Valkyria. Weil das total OP ist. Da ist noch einer. Alter, es ist nervig ohne Ende. Das ist echt heftig. Schon wieder.